Schönen guten Tag, herzlich willkommen zum Kachelmannwetter an diesem Montag. Ja, wir gehen mit mehr oder weniger großen Schritten auf Weihnachten zu. Da wollen wir natürlich mal schauen, ob und was man schon hinsichtlich des Weihnachtswetters sagen kann. Ja, und dann wollen wir uns natürlich erstmal noch mit der anstehenden Wetterwoche beschäftigen. Und da ist der Fahrplan relativ klar. Wir haben es erstmal mit Tiefdruckeinfluss, sehr feuchten und milden Luftmassen zu tun. Also Tauwetter setzt sich fort und Hochwasser vor allen Dingen natürlich auch im Süden des Landes ein Thema. Ja, vom Hochwasser geht es dann zum Hochdruckeinfluss. Richtung dritten Adventswochenende wird sich ein mächtiges Hochdruckgebiet über weiten Teilen Europas aufbauen. Was das für unser Wetter gerade in dieser Jahreszeit dann zu bedeuten hat, auch damit wollen wir uns natürlich beschäftigen. Ja, ihr seht schon, wir haben viel vor. Zunächst schwelgen wir noch mal so ein bisschen in dem, was noch vor kurzem war. Denn so sah es doch in einigen Landesteilen ja vor gerade mal einer Woche aus. Tiefverschneite Landschaften. Dieses Foto hat uns Kevin aufgenommen von einer Drohne vom Rechberg beschickt. Mit Blick auf das Remstal, also schönstes Winterwetter mit verschneiten Landschaften, blauen Himmel. Das wäre doch noch mal was so Richtung Weihnachten. Warten wir es ab, denn momentan sieht es ja doch eher vielerorts im Süden so aus. Volle Flüsse, Tauwetter. Wir sehen schon, im Schnee geht es mehr und mehr an den Kragen und gerade jetzt zum Dienstag kommt noch mal neuer Regen dann im Süden des Landes dazu. Wir gucken erst mal auf den heutigen Montag und da ist das Wetter, ja man kann sagen, so ein bisschen dreigeteilt. Fangen wir mal im äußersten Süden an, also Grenze zur Schweiz, zu Österreich gilt natürlich auch für unsere südlichen Nachbarländer. Da ist es doch eher dann häufig stärker bewölkt. Es regnet hier gerade so Richtung Alpen auch mal etwas stärker. Also hier weiteres Tauwetter. Ansonsten im Süden nach Abzug anfänglichem Regens im Südosten Bayerns doch häufig eher trocken. So wechselnd bis stark bewölkt. Mit Glück auch mal ein paar Auflockerungen, ein paar Sonnenstrahlen können mal mit dabei sein. Das wird schon Richtung Norden eher schwieriger. So in der Nordhälfte haben wir es heute zum Wochenbeginn eher mit einem stark bewölkten, bedeckten Tag zu tun. Und es wird auch immer wieder regnen. Häufig wird es hier insgesamt nass sein. Dazu auch wiederum ein recht windiger Tag, gerade im Westen des Landes auch mal wieder Böen von 60 bis stellenweise auch mal 70 kmh. Ja und wir sehen noch an den Temperaturen. Das hat nichts mit Winterwetter zu tun. Wir haben es im Norden und Nordosten noch mit Temperaturen so von 5 bis 9 Grad zu tun. Ansonsten gerade Richtung Westen und Südwesten doch recht verbreitet Werte von über 10 Grad. Am mildesten wird es am südlichen Oberrhein mit bis zu 14 Grad. Ja schauen wir uns die kommende Nacht an. Da gibt es gebietsweise noch weiteren Regen. Nicht die großen Regenfälle, auch nicht länger anhaltender Regen. Aber es kann halt noch gerade erste Nachthälfte noch mal stellenweise nass werden. Vor allen Dingen auch so im Osten Brandenburg und Berlin wahrscheinlich noch mal so ein Regengebiet, was da abziehen wird. Sonst wird es allgemein ein bisschen trockener werden, vor allen Dingen im Süden des Landes, bevor dann ja zum Morgen sich dann von Frankreich, von der Schweiz her ein neuer Tiefausläufer mit neuem Regen dann ein Südbaden ankündigt. Ja wir sehen auch, es wird hier im Südwesten noch am mildesten bleiben mit Tiefstwerten um die 9 Grad, aber auch ansonsten die Nacht frostfrei. Wo es mal ein bisschen auflockert, kann es mal ein bisschen kälter werden. Da auch mal die Tiefstwerte unter 5 Grad, am frischesten wahrscheinlich ganz im Norden Richtung dänische Grenze, beziehungsweise im Süden und Südosten von Bayern. Jetzt gucken wir uns mal die Niederschlagsmengen für den morgigen Dienstag an. 24-stündig, also von morgen früh 6 Uhr bis Mittwoch 6 Uhr. Und wir erkennen gerade im Süden des Landes, ja da kommt ein neuer Tiefausläufer rein und der bringt auch da mal häufiger Regen. Vor allem größere Regenmengen nochmal so im Schwarzwald, in den Staulagen, aber auch nochmal so Richtung Allgäu zu erkennen. Hier können auch nochmal stellenweise über 30 Liter pro Quadratmeter fallen. Es sind nicht die riesigen Regenmengen, gerade vor allem nicht in der Fläche, aber in Verbindung halt mit der Schmähschmelze ist halt Hochwasser zu erwarten. Die Experten, die sich damit auskennen, gehen zum Beispiel für den Oberrhein von einem 2- bis 5-jährigen Hochwasser aus. Was wir noch erkennen ist im Nordwesten, auch hier ein bisschen nasser, das ist aber der Regen, der wahrscheinlich erst so am Dienstagabend dann aufkommt. Am wenigsten Regen ganz im äußersten Norden, beziehungsweise auch im Osten des Landes. Ja, so sehen wir, wenn wir uns den Dienstag und den Mittwoch angucken, am Dienstag halt mit einem neuen Tiefausläufer im Süden und Südwesten verbreitet nass. Größere Regenmengen haben wir darüber gesprochen im Schwarzwald. Der Regen erreicht dann nachmittags auch Nordrhein-Westfalen im Norden und Nordosten des Landes. Da ist es doch eher häufig trocken. Es kann auch hier mal so leicht regnen, ein bisschen nieseln, aber die trockenen Phasen überwiegen wohl. Und wenn man mal Glück hat, kann hier auch gebietsweise mal die Sonne ein wenig mit dabei sein. Im Süden wird das eher nicht gelingen. Ja, die Temperaturgegensätze, die nehmen noch etwas zu. In den Norden gelangt noch etwas kältere Luft mal. Hier Höchstwerte meist unter 5 Grad, während wir im Südwesten noch wieder oder in den großen Flusstälern Temperaturen von über 10 Grad erreichen können. Noch mal so Richtung Markgräfler Land, Preisgau örtlich, auch bis zu 14 Grad. Am Mittwoch kommt dann der nächste Tief rein. Wir sehen schon, auch der Tag wird geprägt sein von wolkenverhandenen Himmel, stark bewirkten Verhältnissen. Es wird vielerorts immer mal wieder regnen. Vielleicht mal im Süden, dass es ein paar Auflockerungen gibt. Hier vielleicht mal die Sonne ein bisschen mit dabei. Ein paar Schauer wird es hier aber allerdings auch geben. Aber die kräftigen Regenfälle haben dann doch deutlich nachgelassen vom Dienstag her. Anders sieht es dann im Norden aus. Hier doch immer mal wieder nass. Im Laufe des Nachmittags kommt noch mal ein bisschen kältere Luft in den äußersten Norden rein. Zum Abend nicht ausgeschlossen, dass es dann in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern auch mal ein paar nasse Flocken, ein bisschen Schnee sich untermischen kann. Denn hier kommt weiterhin kältere Luft rein. Wir sehen, hier gehen die Temperaturen noch ein bisschen zurück. Liegen doch häufig bei unter 5 Grad, während es Richtung Südwesten weiterhin am mildesten bleibt. Das war jetzt der Blick. Jetzt schauen wir mal drauf, wie sich es dann in der zweiten Wochenhälfte verhält. Und da schauen wir uns mal eine Animation der Luftdruckentwicklung an. Ja, ihr seht hier das Datum mitlaufen gleich. Beginnend praktisch am Donnerstag baut sich vom Atlantik her ein Hochdruckgebiet auf, das sich dann zum Wochenende auf große Teile Europas ausdehnt. Wahrscheinlich der Schwerpunkt des Hochs, so über Süddeutschland, Alpenraum, so Richtung Südosteuropa. Und das würde natürlich das Wetter stabilisieren, trockeneres Wetter bringen. Ja, und wir schauen mal drauf, wie ein möglicher Trend dann von Donnerstag bis Samstag aussieht. Wir sehen, am Donnerstag würden sich dann schon die Regenfälle oder Niederschläge immer mehr Richtung Süden zurückziehen, da ja kältere Luft von Norden her vorübergehend nochmal einsickert. Kann da Richtung Thüringer Wald, Erzgebirgen auch nochmal ein bisschen Schnee mit dabei sein. Im Süden noch die mildere Luft, hier eher der Regen. Ansonsten, wie gesagt, der Temperaturrückgang vorübergehend nochmal. Wir sehen die Höchstwerte so auch im Norden und Nordosten. Dann doch häufig mal unter 5 Grad. Richtiges Winterwetter ist das natürlich nicht. Nächte hier vielleicht auch mal frostig. Bisschen milder bleibt es dann weiter Richtung Westen und Südwesten. Ja, mit dem Aufbau des Hochdruckgebietes wird es dann halt auch trockener werden. Die Niederschläge werden immer seltener werden, aber mit dem Hochdrüber heißt das halt auch zu dieser Jahreszeit, ja, da kann immer noch relativ viel Gewölk, Nebel, Hochnebel mit dabei sein. Um dieses Hoch herum, wir haben es gerade gesehen, der Norden sowieso eher so ein bisschen an der Hochdruckrandlage. Das heißt, hier suppt von der Nordsee her, vom Atlantik her ein bisschen feuchtere und mildere Luft rein. Das heißt, hier könnten die Temperaturen sogar schon wieder ein bisschen ansteigen und das eher so hochnebelartig trüb bleiben. Im Süden dann Richtung Wochenende eher so ein bisschen diese Grenzschichtproblematik, sagen wir immer. Das heißt, in den Niederungen kann es mitunter trüb, neblig bleiben. Hier dann auch entsprechend recht kalt. Muss man mal abwarten, ob und wo sich die Sonne durchsetzt. Beste Chancen in Sachen Sonnenschein hat man dann auf den Bergen wahrscheinlich Richtung Wochenende. Ja, dann geht es ja schon in die letzte vorweihnachtliche Woche. Da wollen wir mal drauf schauen, was uns da die Modelle so anbieten. Wir gucken mal auf das ECMWF Mittel jetzt für Mittwoch, den 20.12. Ja, und da erkennen wir das Hochdruckgebiet, was ja erst mal über uns lag. Über Mitteleuropa soll sich nach dem Modell oder nach dem Mittel schon wieder so ein bisschen Richtung Atlantik zurückgezogen haben. Tiefdruckgebiete eher so über Nordosteuropa. Ja, das würde bedeuten, so um dieses Hoch herum wird schon wieder so ein bisschen mildere Luft in weite Teile des Landes geführt. Die kältere Luft würde wahrscheinlich zumindest nach dem Modell eher so über Nord- und Nordosteuropa verbleiben. Wären jetzt nicht die allerbesten Voraussetzungen für Winterwetter. Wenn wir das mit dem GFS von heute Morgen vergleichen, das habe ich nochmal abgewartet. Das mag es ja gerne mal ein bisschen extremer und winterlicher. Und auch mit dem heutigen Morgenlauf mit einem relativ abgeriegelten Atlantik. Mächtiges Hochdruckgebiet jetzt draußen auf dem Atlantik. Hier wäre dann doch die Strömung mehr auf Nord gedreht. Das würde natürlich schon bedeuten, dass uns kältere Luftmassen von Norden her erreichen. Da könnte es dann doch schon so ein bisschen winterlicher werden. Vor allen Dingen für die höheren Lagen mit dieser nördlichen, nordwestlichen Strömung. Ob das dann durchgreifend wäre, muss man nochmal abwarten. Wie gesagt, die Unterschiede sind eh noch relativ groß. Jetzt schauen wir nochmal als vorletztes auf das ECMWF Mittel. Was jetzt ja auch schon bis Heiligabend, bis zum 24.12. rechnet. Ja, und das ist natürlich ein Mittel, das hat natürlich jetzt auch nicht so kleinere Hochs und Tiefs mal drin. Hat eine relativ glatt gebügelte Westlage drin. Das heißt tief so im Raum Island, Nordmeer, Hochdruckeinfluss über Südwesteuropa. Und wir eher so in einer westlichen Strömung. Wäre natürlich jetzt nicht wirklich Winterwetter. Vor allen Dingen nicht für die Tiefenlagen. Ja, aber trotzdem, man muss natürlich noch abwarten. Wir haben noch einige Tage bis Weihnachten. Als letztes schauen wir uns nochmal ein Ensemble Mittel. Ich habe jetzt einfach mal Kassel rausgewählt, einfach aus dem Grund, liegt in der Mitte Deutschlands. Allzu genau braucht man da sowieso noch nicht drauf schauen. Wir sehen jetzt so in den Tagen vor Weihnachten doch eine relativ große Bandbreite. Lösungen doch noch relativ schwankend. Eine Vielzahl der Berechnungen verbleibt natürlich im Plus-Bereich, im relativ milden Bereich. Da wäre es natürlich jetzt nichts mit Schnee und Winterwetter. Aber es gibt auch so ein paar Lösungen. Ich habe ja mal die dunkelblaue Linie als Null-Grad-Isotherme dran gezeichnet. Es gibt aber auch noch immer Lösungen, die auch dann durchaus mal in den Frost oder in den kalten winterlichen Bereich gehen. Alles weitere könnt ihr euch denken, wenn wir natürlich in den nächsten Videos drauf schauen. Der Blick geht Richtung Weihnachten und natürlich auch bei uns. Also guten Wochenstart. Bis dahin. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020